Kate Winslet – Titanic Star Schnittfreund ein Ohr ab Friseure sind bekannt dafür, einem hin und wieder das Ohr abzukauen. Nicht so Kate Winslet, die benutzte dafür ganz einfach die Schere. Nach dieser Geschichte atmet wohl die gesamte USA auf, dass Kate Winslet, 41, Titanic, ihren Hollywood-Durchbruch gefeiert hat. Den während der 41-Jährigen großes Schauspiel-Talent attestiert werden kann, wäre das bei ihrem Plan B als Friezerin ganz und gar nicht der Fall gewesen. Im TV-Interview zu Gast bei Late Night Talker Jimmy Fallon, 43, gestand Winslet, einem Freund der Familie mehr abgeschnitten zu haben, als nur ein paar Haare, auch ein Teil des Ohres des bemitleidenswerten Versuchsganinchens musste dran glauben. Ich habe es tatsächlich herunterfallen sehen, offenbarte sie dem völlig baffen Moderator Fallon. Was damals für alle Beteiligten ein Schock gewesen sein muss, ist inzwischen aber schon längst ein Grund zum Lachen. Der mutige Mann jedenfalls habe nicht sofort den Kontakt zur Familie Winslet abgebrochen und kann stattdessen stolz erzählen, dass der kleine Makel an seinem Ohr durch eine Oscar-Gewinnerin der Vorleser, verursacht gekommen war. Untertitelung des ZDF, 2020